Wie ist es das erste Mal beim Frauenarzt? Und tut dieses Teil weh, wenn es unten reinkommt? Erstmal willkommen zu meinem neuen Format Anna Klett auf. Ihr könnt mir hier alle Fragen stellen und ich beantworte sie. Also kommen wir zum Thema Frauenarzt. Ich hatte wirklich immer so Schiss zum Frauenarzt zu gehen, weil ich einfach unglaubliche Angst vor diesem Teil hatte. Aber als ich dann das erste Mal dort war, war das alles vollkommen anders, als ich gedacht habe. Ich war einfach so unnötig aufgeregt und hab tagelang davor nicht schlafen können. Als ich dann da war, hat der Arzt einfach nur mit mir geredet und mich einfach nur aufgeklärt. Das fand ich so gut, dass ich ihn erst kennenlernen durfte. Beim zweiten Mal habe ich dann die Untersuchung gemacht und weil ich so entspannt war, hat es gar nicht weh getan. Stellt mir gerne Fragen zu allen Themen, die euch interessieren.